Hallo meine lieben Frischluftfreundinnen und Frischluftfreunde. So hätte Dietmar euch begrüßt, aber ich führe das jetzt einfach fort. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch auch noch bedanken, für die wunderbaren, tröstenden Worte auf unserem Kanal, die ganzen Kommentare, die die letzten Wochen geschrieben worden sind, mit großer Anteilnahme und auch für Anerkennung für Dietmar, für seine Arbeit auf diesem Kanal, für seine Filme. Das war sehr, sehr tröstend für mich und auch für die Familie. Ich habe überlegt, wie geht es mit dem Kanal weiter. Es war, lange Zeit habe ich nicht drüber nachgedacht, aber bei einem Spaziergang, jetzt letztens im Sauerland, war das Thema auf einmal präsent. Und ich habe für mich so gespürt, dass es Dietmar sehr wichtig ist, wenn ich den Kanal lebendig erhalte. Also nicht, ich hatte erst überlegt, da gar nichts mehr zu machen, einen Abschluss zu finden. Aber ich weiß, Dietmar hätte das jetzt nicht von mir verlangt, dass ich das jetzt mache, weil er weiß, wie schwer das für mich ist. Aber er freut sich, wenn ich das jetzt fortführe, das weiß ich. Ich kann ihm da nicht das Wasser reichen. Also mit Schnitt und wie er die Filme verarbeitet hat, Drohnenflug jetzt mal in ganz weiter Ferne. Aber wichtig ist, dass dieser Kanal lebendig bleibt. Das habe ich gespürt. Und es ist ja auch ein Ort der Erinnerung für uns, für mich. Und vor allen Dingen spüre ich da auch, das ist Vermächtnis an mich von Dietmar. Ja, und da war der Entschluss auf einmal ganz klar. Ich habe das ganz deutlich gesehen, das mache ich jetzt. Wann ich das nächste Mal auf Radreise gehe, vor allen Dingen mal länger wie ein Wochenende, das mache ich so von meiner Stimmung abhängig. Da brauche ich noch ein bisschen Zeit. Was so ist jetzt vielleicht Tagestouren mal, dass ich die verfilme. Aber das sehe ich dann. Da setze ich mich jetzt auch nicht unter Druck. Dietmar wird ja sowieso mitfahren. Also der fährt in meinem Herzen mit, sowieso. Und auch ihr werdet vielleicht das Gefühl haben, dass er mitfährt. Er sucht sich da schon seinen Platz. Entweder auf dem Lenker, hinter der Kamera. Ich höre schon manchen Kommentar von ihm, den er dann während der Filmerei loslässt. Und ja, aber mir tut das gut. Und wenn ihr mögt, schaut ihr einfach weiter ohne Dietmar an meiner Seite. Schaut euch die alten Videos von ihm an. Unsere Videos. Ihr könnt euch das ja mal anschauen. Ja, dann lasst euch überraschen. Und ich sage hier jetzt schon mal Tschüss und winke, winke. Medication. Ich höre schon mal. Super. 中共. Ich höre schon mal. Ich höre schon mal. Ich höre schon mal. Ich höre schon mal.